Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Nächste Woche startet der Endlich Season 4 Loot Reborn mit den Iron Wolves. Und es gibt einen Part, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Und das ist das Ganze drumherum ums Gauntlet. Das Gauntlet, ich kann es mir hier gerade einblenden, könnt ihr in Geakul freischalten und war bislang nur für die Season gedacht. Das heißt, es gab ein Update mitten in Season 3, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Und ab da an konnte man an diesem Gauntlet teilnehmen. Das Gauntlet, für alle, die es nicht wissen, könnt ihr euch vorstellen wie einen vorgefertigten Dungeon, wo immer die gleichen Mobs, also immer die gleichen Gegner spawnen, immer die gleichen Spawns haben. Und man daran teilnehmen kann und sich in eine Bestenliste, je nachdem wie schnell und gut ihr wart, einreihen könnt. Das Ganze competitive mit allen Leuten von der ganzen Welt, aufgesplittet in mehreren Klassen. Wir können hier gerade mal reinschauen ins Horn der Prüfung. Da könnt ihr nämlich hier auf Bestenliste einmal klicken oder Halle der Uhr an und euch das mal anschauen. Und das Ganze ist unterteilt in alle Klassen und dann hier nochmal in die verschiedenen Gruppen. Weil man kann es auch zu zweit, zu dritt und auch zu viert machen. Und das Coole ist, mit Season 4 kommt dieses Horn der Prüfung ebenfalls in den Eternal. Das war ja groß angekündigt, war auch von mir ein kleines Manko, weil ich nicht verstanden habe, wieso es nur in die Season kommt. Ab Season 4, also ab Dienstag, wird es dann auch im Eternal so sein, dass ihr hier am Gauntlet teilnehmen könnt. So, wieso erzähle ich euch das überhaupt? Weil es gibt auch noch eine weitere Änderung am Gauntlet. Man bekommt nämlich jetzt immer, wenn ihr hier daran teilnehmt, ein 100% zu 100% ein Unique Item. Bedeutet, ihr solltet auf jeden Fall jede Woche hier daran teilnehmen. Teilnehmen geht natürlich erst ab Level 100. Aber sobald ihr Level 100 gehittet habt, was extrem schnell gehen wird mit Season 4, weil alle Erfahrungswerte nochmal hochgegangen sind. Könnt ihr hier daran teilnehmen und euch jede Woche ein Unique Item abholen. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Die Unique Items sollten auf 925 Gegenstandsmacht sein und so eine Herausforderung dauert nicht länger als ein paar Minuten. Also schneller und einfacher kommt ihr auf jeden Fall nicht an ein Unique Item ran. Diese Truhe hier bekommt ihr dann, dort sind dann legendäre Items drin und wie gesagt zu 100% ein Unique Item. Was ich aktuell noch nicht weiß, ist ob diese Belohnung für jeden Charakter gilt oder für einmal für den Account. Das war jetzt vielleicht der ein oder andere Profi von euch, der den Gauntlet schon gespielt hat. Ich habe das komplett gedodged, war gar nicht meins. Werde ich jetzt in der nächsten Season auch nur spielen, weil es dann ein 100% Unique Item gibt. Ich gehe aber davon aus, dass das Pro Klasse ist, weil ihr seht hier oben schon steht der Druide. Da kriegt es eine Truhe. Könnte also sein, dass es sehr viel Sinn macht, sich jede Klasse einmal zu erstellen. Und mit jeder Klasse, jede Woche einmal diesen Gauntlet zu spielen, um dann dieses Unique Item zu bekommen. Es sind 5 Uniques jede Woche. Also das gerade für die nicht so vielen Spieler unter euch. Sehr cool, wenn man hier einfach zu 100% ein Unique Item bekommt. Vielleicht noch Zusatzinfo. Der Gauntlet wird immer resettet nach einer Woche. Und das Ganze immer dienstags um 17, 18 Uhr. Und zwei Stunden später kommt dann die nächste Woche. Also ganz wichtig, in der ersten Woche wird es natürlich so sein, dass wir mit Start am Dienstagabend in die Season einen neuen Gauntlet bekommen. Dann solltet ihr auf jeden Fall versuchen, bis zum nächsten Start da schon mal den einen oder anderen Run gemacht zu haben mit den einen oder anderen Klassen. Und dann ab dem nächsten Dienstag um 17, 18 Uhr deutsche Zeit wird das Ganze resettet. Und dann kommt der nächste schon mal im Hinterkopf behalten, dass ihr da auf jeden Fall nicht die Zeit verstrichen lasst. Gerade in der ersten Woche, wo man ja relativ viel spielen wird, dass ihr da hier einmal in die Herausforderungen reingeht. Ihr könnt natürlich auch mit einem Freund oder mehreren Freunden reingehen oder gerne mit der Community. Ich mache da gerne nochmal Werbung für unseren Clan. Kommt da gerne mit dazu. Wenn ihr da Hilfe braucht oder das zusammen machen wollt, auch gerne in den Discord joinen, um dann hier dran teilzunehmen. Und das Unique Item zu bekommen. Wenn ihr nichts zu Season 4 verpassen wollt und auch gerne dabei sein wollt, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und sage, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.